Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von The Marvels, der neue MCU-Film, genauer gesagt der 33. MCU-Kinofilm, den wir jetzt heute besprechen. Mit wir meine ich zum einen die Schlogger, hallo Schlogger. Hallo, hallo, hallo. Und es ist nicht die einzige Norddeutsche, der Timo ist auch dabei, hallo. Ja, moin, moin, hallo. Wobei man ja sagen muss, Schlogger, du bist gar nicht gebürtige Norddeutsche, aber das ist ein Detail, das uns vollkommen egal ist. Mein süddeutsches Herz blutet gerade ein bisschen, aber okay, ignoriere es. Du bist einfach die Vereinigung von ganz Deutschland. Ja, genau, das reicht mir. Ja, The Marvels startet am 8. November, das heißt, wenn ihr das hört, läuft er schon in den Kinos. Und bevor wir uns jetzt um den Film kümmern, müssen wir ein paar Fragen vorab klären, die wir immer vorab klären müssen, wenn wir über das MCU reden. Ich glaube, Timo habe ich diese Frage schon so oft gestellt, aber ich weiß natürlich nicht, welcher Stand bei euch da draußen ist. Timo, sag mal, wie stehst du zum MCU und wo stehst du beim MCU? Willst du sagen, was war das Letzte, was du gesehen hast? Äh, das Letzte war The Marvels. Nein, das ist natürlich eine schlechte Pointe. Ich habe wirklich Miss Marvel zuletzt geguckt, in Vorbereitung auf The Marvels. Ich stehe zum MCU immer weniger gespalten als vielmehr, ich will das jetzt nicht ablehnt sagen, aber es ist schon so, dass wir heute auch festgestellt haben und feststellen werden, dass bei Marvel, finde ich, so ein bisschen der Wurm drin ist. Und der Wurm ist da drin, weil diverse Dinge meiner Meinung nach falsch laufen. Da kommen wir aber noch zu. Ja, aber zuerst kommen wir zu Schlogger. Schlogger auch an dich, die Frage, wie stehst du zum MCU und wo stehst du beim MCU? Also wo, das ist die Frage, erwischt mich jetzt total kalt, weil ich bin tatsächlich, ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe, war entweder der Letzte. Iron Man. Ja genau, Iron Man 1. War es ja dem irgendwas? Also ich habe gesehen den neuesten Thor, Love and Thunder und Doctor Strange, den Letzten. Und beide haben mich schon nicht überzeugt. Genau, Eternals habe ich auch gesehen, also die ganze Ära habe ich noch mitbekommen. Aber seitdem bin ich raus. Also Phase 5 habe ich nichts gesehen, nicht mal Guardians of the Galaxy 3. Obwohl es den ja schon im Stream gibt. Und ich stehe dazu, wie stehe ich dazu? Die davor habe ich, also bis Endgame habe ich fleißig geguckt, habe auch noch WandaVision gesehen. Und das wird auch das Einzige sein, was ich gesehen habe, was mir für den Film heute geholfen hat. Deswegen werde ich heute die Position einnehmen von, ich habe gar keine Ahnung von nichts außer WandaVision. Und werde sagen, wie das für so eine, wie das für mich dann war, diesen Film zu sehen. Bitte da draußen, Teat und Feder bin ich, aber sind wir schon in Phase 5? Ja, sind wir. Seit wann? Seit dem Ende von Black Panther oder nicht? Ja. Also Black Panther 2. Okay. Ant-Man war der erste Phase 5. Genau. Okay, ja dann. Wie stehst du denn zum MCU? Ja, ich habe alles gesehen. Also die Filme habe ich alle gesehen und werde sie auch weiterhin gucken. Ja, ich wollte gerade sagen, sag die Wahrheit. Ja, wie gesagt, die Filme habe ich alle gesehen und werde auch weiterhin diese Filme gucken. Aber bei den Serien, ich bin gerade überlegen. Ich habe, glaube ich, die letzte Serie, die ich gesehen habe, war, boah, was war die letzte Serie, die ich gesehen habe? Ich habe Secret Invasion nicht gesehen. Ich habe Hawkeye nicht gesehen. Ich habe dank so ein paar Pressezugängen Moon Knight angefangen und She-Hulk und ich glaube auch die erste Folge Hawkeye oder die ersten beiden. Aber ich habe bei nichts weiter geguckt. Wirklich gar nichts. Hier Captain Falcon, Winter Soldier. Die habe ich gesehen. Die habe ich komplett gesehen tatsächlich. Ich habe Wonder Vision komplett gesehen, weil es halt die erste war. Wie fandst du Falcon? Ich weiß es nicht mehr. Ehrliche Antwort. Ich habe die erste Staffel Loki gesehen. Und die habe ich auch gesehen. Die ich okay fand, aber es hat mich nicht dazu bewogen, jetzt die zweite zu gucken. Da gab es ja schon den ersten Eindruck von dir, Timo, und einem Kollegen. Genau, mit David zusammen. Und das Schöne ist, ich habe auf der Rückfahrt die fünfte Folge heute geguckt. Ah, okay. Ich bin da. Ich bin heute, also ich bin bei Marvel noch nie mehr up to date gewesen als heute. Ja, ich merke das schon. Also, grob abgehört es bei mir, bei den Filmen habe ich ein bisschen den Durchblick. Bei den Serien habe ich überhaupt keinen Durchblick mehr. Und es interessiert mich auch nicht. Und ich sehe das so ein bisschen wie Timo, dass das Marvel Cinematic Universe oder auch nur das Marvel Entertainment Universe ein paar Probleme hat. Und die werden wir, glaube ich, jetzt auch hier bei The Marvels ansprechen oder wie ihn Fachleute auch gerne nennen, Captain Marvel 2. Bevor wir das aber tun, müssen wir noch eine Frage schnell klären, nämlich worum geht es eigentlich in The Marvels? Und Timo, gib uns die Antwort, bitte. Ja, wir folgen dem Weg von Carol Danvers. Die ist ja nun mal Captain Marvel, gespielt von Gree Larsen. Und die hat die Identität im ersten Teil ja von diesen Kree zurückerobert und kann sich jetzt an ein paar Sachen erinnern. Und hat sich auch unter anderem an dieser obersten Intelligenz gerecht. Und das Blöde ist dabei, dass da so ein bisschen das Ungleichgewicht auf Seiten der Kree entstanden ist. Und daraufhin eine Bösewichtin auf das Tableau tritt, gespielt von Sauri Ashton, heißt sie, glaube ich, die Gute. Und das Schöne ist, ich weiß schon nicht mehr, wie die Böse heißt, keine Ahnung. Und ich habe es auch extra vorher nicht recherchiert. Ich habe mich geweigert. Spannenderweise... Die heißt Darben. Darben, nee, Darben. Darben. Darbenn in der Box. Sie ist auch sehr am Darben, glaube ich, bei vielen. Ja. Und gleichzeitig haben wir mit Monica Rambeau, die Tochter von der guten Freundin oder besten Freundin von Carol Danvers, haben wir die Tochter mittlerweile als, ich glaube, Sabre heißt die Organisation. Da ist sie Astronautin und sie darf ein bisschen durchs Weltall sich bewegen. Und dann haben wir noch als drittes, die kennen wir dann jetzt und ich kenne sie dann auch jetzt seitdem, haben wir noch die kleine Kamala Khan, also Miss Marvel. Und das Spannende ist, die hat so ein Amulett ja in dieser Serie bekommen. Und dieses Amulett spielt auch in dem Film eine Rolle. Und es kommt dann zu Körper-Switch-Aktionen und zu sonstigen und ganz viel tolles Brumm-Bumm. Und es macht ganz viel Knall und ist ganz laut und ist ganz bunt und ist ganz schnell und ist zu viel. Und dann ist der Film irgendwann auch schon relativ früh zu Ende. Ja, vielen Dank. So ungefähr. Ja, du hast schon gesagt, diese Miss Marvel ist ja, hat ihre eigene Serie, nämlich Miss Marvel bei Disney Plus. Ich habe sie nicht gesehen. Schlogger, du hast sie auch nicht gesehen. Korrekt. Und es gibt ja noch ein paar andere Verweise, die wohl was zu tun haben mit den Serien. Jetzt war es bei mir so, ich wusste, okay, ich kenne diverse Serien nicht. Ich versuche mal, ob ich zurechtkomme. Und ich muss sagen, ich kam im Groben doch relativ gut damit zurecht, was mir erzählt worden ist. Wie ging es dir, Schlogger? Genau, also das ist, da kann ich es gleich schon spoilern, das ist das Beste am Film, dass ich, obwohl ich fast nichts gesehen habe, also ich habe ja nicht mal Captain Marvel gesehen und der ist ja noch, der war ja saufrüh dabei, dass ich trotzdem zurechtkam mit der Story. Ich war ein bisschen kurz verwirrt mit Kree und Skrull, dass die auseinanderzuhalten und ich kenne natürlich auch die, genau deren Beef nicht, wie die da zueinander stehen. Aber das hat der Film mir ganz gut erklärt. Ich habe eigentlich keine offenen Fragen gehabt, das machen die ja eigentlich immer ganz gut. Das ist für mich schon mal das große Positive an diesem Film. Timo, du hast die Miss Marvel Serie gesehen, ne? Ja. Hast du dich nicht ein bisschen veräppelt vorbekommen, dass du eigentlich diese ganzen 5, 6 Folgen nicht hättest sehen müssen, weil du dir am Anfang von The Marvels so ein kleiner Cartoon Clip eigentlich alles erklärt hast? Ja, geht so. Ich habe da ein ganz anderes Problem. Also ich habe dafür mittlerweile ja Verständnis, dass man ganz viel miteinander in Verbindung setzen möchte und quasi für Fans sich ein bisschen darauf verlassen möchte, dass die alles gucken. Und das machen ja MCU und vor allem Comicbuch-Fans. Die machen das, die gucken alles. Ich bin ja kein Marvel-Fan, aber ich gucke mir gerne die Sachen an, weil sie mich mal eine Zeit lang sehr gut unterhalten haben. Das ist jetzt mit den Serien wirklich weniger geworden, mit den Filmen ebenso. Ich finde nur ein gravierendes Problem bei der ganzen Sache ist gar nicht das Verständnis, dass man also kapiert, wer ist wer. Das geht ja relativ schnell und da habt ihr beide vollkommen recht. Da nimmt einen der Film gut und schnell und zügig an die Hand. Mein Problem ist ein anderes und das habe ich Schlogger vorhin auch schon erzählt. Ich bin damals, ich hole ein bisschen aus, bin damals mit Lethal Weapon 3 eingestiegen. Also dem dritten Teil einer damals noch Trilogie. Da kam der vierte Teil, war noch nicht geschrieben bzw. noch nicht fertig. Und ich habe trotz, dass ich diese Figuren ja erst im dritten Teil kennengelernt habe, habe ich sofort ein Gespür gehabt, so wie sind die Dynamiken untereinander, wie verstehen die sich, wie dicke sind die. Das kriegt dieser Film, ich spreche von Lethal Weapon 3, nicht von Marvels, das kriegt der Film relativ zügig hin. Da scheitert The Marvels schon an erster Stelle, weil, na klar, ich hatte in Anführungsstrichen ja den kleinen Vorteil, ich kannte Monica Rambeau, ich kannte Miss Marvel jetzt und zwar relativ kurzfristig. Und dennoch hat es der Film zu keiner Zeit geschafft, mir ein Gefühl dafür zu geben, was die drei Figuren jetzt ausmacht, was die Dynamik untereinander ist, wie die Gefühle sind und da finde ich als einer meiner größten Kritikpunkte eigentlich an dem Film. Ich habe gar kein Problem damit, dass der wahnsinnig kurz und wahnsinnig viel in kurzer Zeit erzählen will und eigentlich doch nichts, sondern ich habe ein großes Problem damit, dass der mich emotional einfach vollkommen kalt lässt. Ach, das fand ich okay, das wird halt so auf so einer oberflächlichen Oberfläche angekratzt, das habe ich dann in Montagen sieht man ja, wie sie sich annähern und so in einer Zeit, wo man weiß gar nicht, wie viel Zeit ist da vergangen, es können ja höchstens halbe Stunde sein, aber da sind sie Best Buddies geworden und keine Ahnung, das habe ich einfach hingenommen. Hingenommen. Andere Sachen habe ich nicht hingenommen, so krasse Logikfehler wie, man sieht es ja im Trailer, dass die drei, also Miss Marvel, Captain Marvel und, wie heißt sie eigentlich? Im Film wird es nie richtig gesagt. Monika Rimbaud, meinst du? Ja, wie sie, ihr Heldenname sozusagen. Ja, da schifft ja auch, da macht der Film ja auch eine seiner ungefähr 17 Insider-Witze und kleinen Gags raus, dass ja kein Name bisher existiert und auch keiner existieren wird, glaube ich. Ja, doch meine Marvel-Quelle meinte, sie hieße Spektrum, aber auf Wikipedia steht's Photon, nee, was steht da? Photon, ja. Ja, die hat vermutlich verschiedene Namen in den Comics und hier halt noch keinen festen Superheldinnen-Namen. Also das ist, wie Timo schon sagt, halt einer dieser Running-Gags, die sie halt da benutzen. Ist ja auch so ein MCU-Ding, ne? Also da ist ja häufig... Nennen sie einfach Moni fertig. Ja, Scarlet Witch wird ja auch nicht Scarlet Witch genannt, sondern ist Wanda. Also die Moni und die Captain Marvel und die Miss Marvel, das wird ja im Trailer gezeigt, die kommen sich ja überhaupt erst näher, weil die durch irgendeine Verkettung unglücklicher Ereignisse, wenn sie ihre Kräfte nutzen, ihre Plätze austauschen. Aber diese Logik, es wird gesagt, ja, wenn sie sie gleichzeitig nutzen, tauschen sie sie aus. Aber es passiert auch, wenn es nur einer es macht. Und das hat mich schon so rausgerissen, dass ich sage, okay, ihr wollt hier erklären, wie das Fundamentale eben das Ereignis passiert, wie die drei sie überhaupt kennenlernen. Und dann wird das schon so unlogisch damit umgegangen. Das habe ich die ganze Zeit hinterfragt. Was sind jetzt die Regeln? Ich verstehe es nicht. Erklärt es, macht es doch einmal logisch, stringent. Erklärt es mir dann und ich bin happy. Aber macht es nicht irgendwie. Erklärt es dann anders. Macht es dann doch wieder anders. Und das hat mich irgendwie total gestört. Da habe ich schon auf alle Logiklöcher geachtet, weil der Film mich dazu trainiert hat, achte jetzt noch auf Logiklöcher. Okay, also das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Aber es war mir halt auch irgendwann einfach nur scheißegal, um es mal ganz hart auszudrücken. Dieser ganze Film lief an mir vorbei. Ich hatte das Gefühl so, als wenn ich am Bahnhof stehen würde und der Film ist der Zug und der Pferd soll an mir vorbei und ich wink einfach nur so, tschüss. Das ist The Marvels für mich. Dieser Kniff, dass sie halt eben, wenn sie ihre Kräfte einsetzen, dann die Position tauschen. Das soll wohl witzig sein. Und es gibt da durchaus die eine oder andere Szene oder der eine oder andere Moment, wo ich sage, ja, das ist ganz amüsant, aber das hält dann auch nur drei, vier Minuten und dann war es das auch schon. Mein großes Problem ist halt auch, ich habe WandaVision halt gesehen, aber ich kann mich an Monika Rambeau nicht mehr erinnern. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich weiß halt, dass es die Tochter jetzt von dieser Freundin von Captain Marvel ist, meine ich natürlich, und die kann sich unsichtbar machen oder irgendwie durch Sachen durchgehen. Das Problem ist halt einfach, der Film schafft es einfach nicht, dass ich überhaupt ein Interesse habe, das sind so Fragen. Ich nehme es einfach so hin, ich gucke mir das an und es ist mir halt eben echt vollkommen egal. Ja, aber weißt du, was echt ein Problem ist? Es gibt zwei Sachen, die echt ein Problem sind. Erstmal, die Helden werden immer stärker. Ist wie bei Dragon Ball. Die werden immer stärker und immer stärker und dann kommt ein neuer Held und das ist der allerstärkste von der Welt, dann kommt der nächste, das ist der Held von der stärkste von der Galaxie, dann kommt der nächste, das ist der stärkste von allen Parallelgalaxien, keine Ahnung. Und das war ja Captain Marvel mal. Und trotzdem willst du ja Geschichten mit denen erzählen, die spannend sind, aber es funktioniert halt nicht, wenn du den oberstärksten Helden einführst, der dann aber trotzdem in deiner Geschichte zutritt gegen jemand, der eigentlich nur so ein Luschi-Schurke ist, kämpfen muss. Das stimmt allerdings, also ganz ehrlich, Antagonisten und Marvel ist eine schwierige Kiste, sei mir ehrlich. Da gibt es so zwei, drei, wo man sagt, die sind ganz gut. Es gibt auch ein, zwei, die vielleicht richtig toll sind, aber weitestgehend kann man sagen, Schurken im Marvel-Universum oder im Marvel Cinematic Universe kannst du halt in der Pfeife rauchen. Und da ist, wie du auch schon sagst, du hast halt Carol Danvers als Captain Marvel, die irgendwie gefühlt alles pulverisieren kann mit einem Blick. Und als Gegenspielerin hast du eine saure Olle mit dem Hammer. Ja, cool. Danke für gar nichts. Ja, genau. Also das ist das erste Problem. Erstmal, die Helden sind alle viel zu stark und es gibt überhaupt keine, da schon mal keine Stakes mehr, weil theoretisch könnte jeder von denen mit einem Fingerschnipsen einen Planeten zerstören, jetzt mal so gesagt. Und das zweite ist, apropos Stakes, es gibt immer dieses, es ist alles so eine globale Katastrophe. Es werden 500 Planeten angegriffen und wie beim Fracking wird dann das ganze Universum dann auch infrage gestellt und das kannst du doch gar nicht in einem 90-Minuten-Film abfrühstücken. Das muss doch gar nicht sein, dass es immer so extreme Bedrohungen gibt. Du hast in dem Film werden drei Planeten angegriffen. Beim ersten Planeten gibt der Film sich noch halbwegs Mühe zu zeigen, dass sie sie retten wollen, aber nur in einer Stadt. Das ist ja so, als würde die Erde angegriffen und ein Zwanzigstel. Wir retten Gütersloh. Genau, Gütersloh und Zwanzigstel davon wird gerettet. Beim zweiten Planeten sagen sie, ach komm, nee, fuck it. Da sind einfach alle tot, wahrscheinlich. Und am Ende vom Film, das ist jetzt kein Spoiler, gibt Captain Marvel auch eine Erinnerung an den Planeten, so kalt hält sich weg. Also ganz ehrlich, warum soll, wenn ein Film sich für seine Opfer so wenig interessiert, warum sollte ich als Zuschauer, dann sollte mich noch irgendwas vom Hocker reißen. Also ich bin da ja gar nicht mehr investiert. Ja, aber da stellt sich auch für mich jetzt eine Frage und zwar, mögen wir die Figuren überhaupt? Mögen wir diese Hauptfiguren? Mögen wir Captain Marvel? Mögen wir Miss Marvel? Mögen wir Monica Rambeau? Können wir Nick Fury eigentlich noch sehen? Timo, wie ist es bei dir? Ja, nein, nein, vielleicht, nein. Also wirklich der Reihe nach. Ich finde Carol Danvers oder ich fand Carol Danvers im ersten Teil okay. Der zerbröckelt bei mir mit jeder Sichtung und ich habe ihn vor, ich glaube, einer Woche oder anderthalb noch mal ein bisschen, habe ich mir noch mal zu Gemüte geführt und fand ihn wirklich jetzt mit, ich bin mit zweieinhalb von fünf noch sehr nett gewesen, weil ich finde Brie Larson bei allem Respekt, dann darf man ja mal alles sagen, wenn man das vorweg geschoben hat. Ich finde Brie Larson ist jetzt keine herausragend große Schauspielerin, gerade nicht als Captain Marvel. Das ist irgendwie sehr hölzern, das ist sehr, sehr, ich muss auch sagen, sehr, sehr langweilig, sehr, sehr eintönig. Ich mag die Kamala Khan, die ist halt anstrengend, also positiv, im positiven Sinne, die ist quirlig, die ist lebendig, die ist mal was anderes, auch weil sie natürlich mit ihrer pakistanischen Herkunft irgendwie eine andere Farbe ins MCU mit reinbringt, aber das ist ja keine liebenswerte Person, für mich zumindest nicht, weil da ist mir zu viel Lärm, das ist zu aufgebraust, das ist zu hysterisch, ist nicht so mein Ding. Und Monica Rambeau fand ich in WandaVision wirklich eine sympathische, starke Figur, die ist hier aber ja auch mit so wenig Screentime und so, so schnell immer auf der Bildfläche und wieder weg, dass sie mir halt auch mehr oder weniger egal ist. Ich meine, die hat jetzt ja auch keine besonders tragische Geschichte. Ich meine, ja, die ist weggesnippt worden und ist beim Blip wieder aufgetaucht und hat dabei gemerkt, dass ihre krebskranke Mutter verstorben ist. Das ist natürlich tragisch, aber es ist jetzt keine Geschichte, die einem ja von den Bäumen runterlockt und man denkt so, oh Mensch, das ist ja innovativ erzählt und so weiter. Und deswegen sind mir die Figuren schon vorm Film nicht wahnsinnig nah am Herzen gewesen. Was ich dann auch wieder in Nia LaCosta als Mitschreiberin und Regisseurin vorwerfen muss, ist, dass sie das in den 105 Minuten nicht schafft, mir irgendwie eine der drei Figuren so ein bisschen näher zu bringen. Und sie versuchen ja auf der Drehbuch-Plottebene doch ein paar Kniffe, um das zu bewerkstelligen und das funktionieren, finde ich, alle nicht. Ja, also ich kannte ja Captain Marvel nicht aus den Filmen. Ich kannte sie nur aus Endgame und habe natürlich ein bisschen das Drumherum mitbekommen. Hier in dem Film hatte ich das Gefühl, dass sie so ein bisschen wie Batman sein soll. Also sie ist zurückgezogen, hat eigentlich keinen Bock auf ein Team, hat keine Emotionen eigentlich oder verweigert sich Emotionen so ein bisschen. Und dann haben wir hier so den Lego-Batman-Effekt, dass Batman quasi oder Captain Marvel lernen muss, ach, ist doch schön mit Freunden, ich sollte mich mal öffnen. Das war dann für mich irgendwie okay. Also vielleicht ist man davor eingenommen bei Brie Larson, dass man denkt, ach, kann die eigentlich auch mal lächeln und freut sich dann, wenn sie zweimal im Film lächelt. Aber naja, bei der Kamala habe ich gehört, dass die in echt auch ein großer Fan ist und das bringt immer Sympathie für mich mit. Weil dann denke ich, okay, da ist wenigstens ein bisschen Herzblut dabei. Großer Fan wovon denn? Vom MCU oder von Captain Marvel oder von … Von MCU, von den Comics. Von was genau weiß ich jetzt nicht. Aber sie ist einfach mit Herzblut dabei. Guck mal, liebe Marvel-Fans, das ist doch für euch eigentlich, dann könnt ihr zum nächsten Cast hier einfach hingehen. Da habt ihr die Chance. Ja, genau. Also ich würde euch dabei zugucken. Und ich mochte auch total gern diese Comic-Sequenz am Anfang. Die kannte ich ja nicht aus der Serie. Und die hat mir als Comic-Fan natürlich gut gefallen. Also die, Miss Marvel mochte ich ganz gerne. Die war süß, obwohl sie überdreht geschrieben ist. Und unsere Moni, die war halt auch da. Hat für mich funktioniert. Also das waren für mich Marvel-Figuren. Es war nicht tief. Ich habe sie einfach angenommen. Okay. Ich finde Moni okay. Nicht mehr, nicht weniger. Captain Marvel. Ich weiß, ich mag es irgendwie, dass die so ein bisschen aggro ist. So ein bisschen angepisst. Immer so ein bisschen leicht genervt. Irgendwie. Also es ist keine berauschende Figur, aber die gefällt mir von den drei noch am besten. Und Kamala Khan. Tut mir leid. Ich fand die so nervig. Ich fand die einfach nur nervig. Man kann meine, in Anführungszeichen, Beziehung zu Kamala Khan, glaube ich, so gut simulisieren, wie dieses bekannte Bild aus den Simpsons. Ich bin Nelson und Ralph Riggum ist Kamala Khan und tanzt um mich rum. Und ich habe es irgendwann nicht mehr ausgehalten. Das ist jetzt zu viel gesagt. Aber ich fand es einfach nur noch nervig. Ich habe nichts gegen so eine quirky Figur, die auch ein bisschen laut ist und natürlich auch aufgeregt ist. Aber da sind halt Sachen passiert, wo ich denke, nee, ich nehme es dir gerade nicht ab. Du bist gerade so vom Null in den Weltraum geflogen. Ja, und weißt nicht, was los ist. Und siehst dann plötzlich Nick Fury und plötzlich ist alles andere. Egal, graue ich denn nicht. Sorry. Ach, dann logik mich dich jetzt plötzlich. Ja, nee, das ist meine innere Logik, die du erzählt. Und ich kann verstehen, dass sie so ist. Und ich finde im Maßen, sie ist okay. Aber für mich hat das für Hinden und Freunde nicht gepasst. Ich fand sie wirklich, ganz, ganz ehrlich, nervtötend. Tut mir leid, aber für mich hat Miss Marvel nicht funktioniert. Ich fand ihre Familie ganz nett. Da gibt es ja so ein paar Szenen. Aber ansonsten war diese Figur für mich als alter 40-jähriger Mann einfach teilweise echt unerträglich. Und ein kinderloser Mann. Als Teenie-Hasser. Ja, und wir, Tim und ich haben ja beide Kinder. Wir sind, glaube ich, ein bisschen abgehärteter vielleicht. Ja, Problem ist an der Stelle, ich habe mich ja quasi desensibilisiert selber. Also ich habe ja selber mir so viel Miss Marvel, also die Serie gegönnt, dass mir diese 105 Minuten am Ende wahrscheinlich einfach so wie, was weiß ich, du hast eine OP und kriegst den Arm, den Fuß und gleichzeitig auch noch den Schädel gebrochen. Und am Ende heißt es so, jetzt müssen wir einmal das Pflaster von der Augenbraue abziehen. Und du machst, ach ja gut, das ist jetzt ja nicht mehr so schlimm, weil ich habe ja vorher schon diese Schmerzen erlitten. Ich hatte jetzt keine Schmerzen bei Miss Marvel und ich hatte auch bei The Marvels keine Schmerzen. Aber ich bin halt sehr nahe bei Sto, weil ich diese Figur einfach, die ist so überdreht um des Überdrehtseins willen. Und nicht, weil die irgendwie so liebenswert überdreht ist. Das haben wir in anderen Filmen auch schon mal besser und schöner und toller ausgearbeitet gesehen. Ja, aber der Film selbst ist doch so, da kommt er mit zwei Szenen um die Ecke, die waren so überdreht, albern. Also der Film selbst ist ja seine eigene Miss Marvel, wenn ihr so rangeht, teilweise. Ja, aber das gehört ja irgendwie zu MCU dazu. Also die meisten MCU-Filme sind halt überdreht. Ja, aber da, es wirkt hier so extrem, wir müssen das Prinzip James Gunn kopieren, aber es war wie so ein, du willst einen Curry kochen und dann kommt so plötzlich ein Stück Pizza vorbei. Also es war ein Film, der sich teilweise ernst nimmt und dann kommt diese total albernen, also richtig extrem albernen Szenen dazwischen drin. Das war so eine Tonalitätenmischung. Wobei er hat, das muss ich sagen, eine der besten Szenen, was einen Metakommentar angeht. Die Szenen ist unbeabsichtigt, ich finde, aber sie hat für mich bestens funktioniert. Das war der Moment, wo ich als Einziger im Kino wirklich gelacht habe und das war mir ein bisschen peinlich, weil ich die alle Blicke auf mich dann gefühlt haben. Es gibt in dem Film einen Moment, in dem halt Nick Fury so ein bisschen halt diese Kamala Khan kennenlernt und dann auch diese Moni halt so was kennenlernt. Also zum ersten Mal so ihre Kräfte erlebt und er reagiert halt so ein bisschen so achselzuckend, so, ja Mai, er ist halt so. Und genau so habe ich auch gefühlt. Das fand ich wunderbar. Da habe ich mich einmal gefühlt wie Nick Fury, das fand ich großartig. Das war für mich der beste Moment im ganzen Film. Ich gehe dann ja immer einfach mit einer Augenklappe in solche Screenings und dann fühle ich mich auch wie Nick Fury. Ich wusste wirklich, bis du es erklärt hast, nicht, welchen Moment du meinst. Jetzt weiß ich, welchen Moment du meinst und kann das leider null nachempfinden, weil ich finde, diese Albernheit und Überdrehtheit sorgte bei mir zumindest dafür, dass ich immer gar nicht wusste, ist das jetzt ein Gag oder ist das der allgemeine Grundton dieses Films? Und ich habe mich dann irgendwann entschlossen und habe auch für mich ausgemacht, dass das so der Rückschritt in diese 90er Jahre Comicverfilmung ist, wo man einfach albern ist, wo man goofy ist und wo man so ein bisschen tonal einfach über die Stränge schlägt und wo die Steaks, wie wir heute auch schon festgestellt haben. Also es war heute wirklich ein Veganer-Treffen, es gab keine Steaks. Also wie gesagt, der Moment, den ich meine, der war nicht beabsichtigt so. Das habe ich rein interpretiert. Ja, aber Nick Fury, ich hatte das Gefühl, der ist nur noch eine Rolle, der die ganze Zeit nur ein Gag, ein Pointen vor, also der, der die Zeile, bevor die Pointe kommt, sagt. Also er ist nur noch eine reine Persiflage, so kam es mir vor. Der hat ja gar, den kann man ja gar nicht in den Ernst nehmen. Ja, das ist halt derjenige, der halt noch in Anführungszeichen die Ernsthaftigkeit ein bisschen hochhalten muss, weil er halt Nick Fury ist. Aber hat er ja gerade nicht, der wirkte nur noch albern für mich. Also ich fand schon, ja, der ist albern, aber er ist noch die ernstere Figur, sage ich mal. Also so ein bisschen. Also gegen Ende verliert er sich auch komplett, aber Nick Fury ist noch so ein bisschen so der alte Hauding, so die alte MCU-Phase 1 zu 2 DNA. Ja, aber ansonsten ist da jetzt auch nicht mehr viel dran. Lass uns mal über eine Sache reden, die dafür gesorgt hat, oder das war das Gesprächsthema Nummer 1 über Marvels, bevor der Film jetzt gestartet ist. Und zwar seine Laufzeit. Wir haben es ja schon angesprochen, der ist für einen Marvel-Film erstaunlich kurz. Er geht nämlich, und zwar mit Abspann, nur 105 Minuten. Das ist damit der kürzeste MCU-Film aller Zeiten. Es gab ja mal so eine Zeit, wo wir alle dachten, MCU geht nicht unter zweieinhalb Stunden. Doch, es scheint zu gehen, nämlich mit diesem Film. Timo, findest du es gut, dass er kurz ist? Oder glaubst du, er wäre vielleicht ein bisschen besser, wenn er nicht ganz so überhastet wäre mit 105 Minuten? Boah, das ist wirklich eine, eigentlich ist ja dieses Laufzeitproblem, ihr habt das ja bei Bo auch schon, oder in der Bo is Afraid-Veröffentlichungsphase war das ja ein großes Thema. Und jetzt auch vor kurzem mit Killers of the Flower Moon. Das heißt, wir haben irgendwie, wir neigen zu Extremen. Es ist entweder zweieinhalb Minuten oder es ist nur hundert Minuten. Jetzt ist der hier bei 105 Minuten rausgegangen. Und ich finde nicht, dass der jetzt viel mehr Laufzeit gebraucht hätte für das, was er sein will. Denn er will ja anscheinend so eine alberne, lockere, flockig, so im Tor 4-Stil gehaltene MCU-Verfilmung sein. Und deswegen fand ich sogar ganz, es ist halt auch so, mittlerweile ist das ja kein Qualitätsurteil, aber irgendwie ja doch, wenn du aus dem Kino gehst und sagst, naja, immerhin war er kurz. Weil du ja gleichzeitig so ein bisschen erleichtert wirkst, dass der Film nicht so lang ist. Und das war hier tatsächlich der Fall. Also hätte ich mir das noch eine halbe Stunde länger anschauen müssen, weiß ich nicht, ob ich dann noch so halbwegs gut gelaunt aus dem jeweiligen Veranstaltungsort mich begeben hätte. Oder anders formuliert, es ist halt auch schon anstrengend, sich das hundert Minuten anzugucken. Und man ist einfach froh, wenn es vorbei ist. Ja. Schlugger, hättest du gerne 150 Minuten von Marvels gehabt, statt 105? Wehe. Ich meine, nö, sprechen Sie offen. Ja, also wenn es diese ganzen Story-Probleme ein bisschen ausgehebelt hätte und nicht einfach nur, ja, dann haben wir ja noch mehr Zeit, um noch mehr obendrauf zu hauen. Ja, weiß ich nicht, also ob der Film, währenddessen, das hätten auch 150 Minuten sein können. Währenddessen habe ich da nichts gefühlt und gedacht, ja, das ist jetzt lang oder kurz. Also man muss ja sagen, erst mal ist du, beantwortet die Frage, genau, bitte. Ich glaube, dass dieser Film nicht mehr Zeit braucht. Ich glaube nämlich aus Erfahrung, dass wenn dieser Film halt eine Stunde länger gewesen wäre, wäre da halt mehr Spektakel drin gewesen und mehr unnötige Dialoge. Aber ich glaube kaum, dass sie es gemacht hätten, dass die Story irgendwie mehr Sinn ergeben hätte oder dass ich emotional wirklich mehr involviert gewesen wäre. Dementsprechend finde ich, dass der Film eigentlich eine sehr passende und gute Laufzeit hat. Der hat keine Längen, aus meiner Sicht, das muss ich ihm geben. Ich habe nie auf die Uhr geguckt. Ich hatte nie das Gefühl, dass sich irgendwelche Sachen besonders lang hinziehen. Deswegen diesbezüglich, muss ich sagen, ist es vermutlich einer der besten Marvel-Filme. Also er wirkte auf mich einfach von seiner Laufzeit her wirklich ideal zugeschnitten. Ja, ich finde das ja sehr spannend, weil ich hatte mich, ich hatte wirklich vergessen bis zum Abspann, wer den nochmal gemacht hat und dann kam ja der Name Nia da Costa auf und das ist ja die Regisseurin vom Candyman-Remake oder ist das ein Remake, ist das ein Sequel, man weiß es nicht, ist es beides? Es ist alles so ein bisschen. Es ist alles und da ist halt auch so wahnsinnig viel drin und der geht ja auch nur 90 Minuten und bei dem habe ich mir damals gewünscht, also wenn der diese ganzen Aspekte, die der ja wirklich drin hat und der hat super interessante Themen drin, wenn er die noch ein bisschen tiefer mir präsentieren würde, dann hätte dem eine Viertelstunde oder 20 Minuten sich ja gut getan. Und ich hatte das ja schon erwähnt, hier war ich echt froh, dass der diese 105 Minuten hat, weil es schmeißt ein Jahr zu, dieser Film mit allem Möglichen und man kann ja, also man hat, wenn man es wieder positiv sieht, sagt man, man hat kaum Zeit zum Nachdenken und zum Durchatmen, was immer so geil klingt so, durchatmen, verboten und so weiter. Aber gleichzeitig waren wir ja nun alle in der Sichtung so, dass wir schon relativ frühzeitig dieses, wenn du so nitpicky wirst, wenn du also so die Logiken, die inneren Logiken des Films anfängst zu hinterfragen und ich glaube, wenn du das noch eine halbe Stunde länger hättest machen müssen, dann wäre es glaube ich endgültig schief gegangen. Ich möchte gerne was ansprechen, was Positives, wo ich das in Anführungszeichen wieder schlimmste erwartet habe, aber dann doch positiv überrascht worden bin. Timo, du hast ja, genau wie ich, Ant-Man, Quantumania gesehen, ne? Yes. Gehst du mit mir da d'accord, dass dieser Film pottenhässlich war? Äh, ja, und ich hab auch schon für die zweite Frage gekommt, ich hab schon genickt, sag ich jetzt mal, für die Leute, die mich nicht sehen können. Aber jetzt sag mal das, was du sagen wolltest. Okay, dann kommt jetzt die Frage zum Nicken. Findest du auch, dass The Marvels in Sachen visuelle Effekte wirklich einen guten Job macht? Absolut, deutlich, also wirklich deutliche Steigerungen. Wir sind nicht in, wie das heute so schön neu modern heißt, in Uncanny Valley unterwegs. Also das bedeutet auf Deutsch, dass die Effekte nicht so ganz so schön aussehen, um das mal so zu sagen. Also wir sind sicherlich nicht in The Flash oder wir sind nicht bei Ant-Man, Quantumania, sondern das sind schon wirklich sehr, sehr solide CGI-generierte Effekte. Und das ist okay. Das Problem an der Geschichte ist halt, dass das völlig austauschbare Effekte mittlerweile sind. Also ich könnte jetzt keinen einzigen Action-Moment mehr nacherzählen, außer, und das ist dann wieder spannend, das ist der, der sich auf einen sehr begrenzten Raum konzentriert, nämlich auf ein Haus. Das war ähnlich bei Fast X, also hat mich sehr erinnert an eine Szene aus Fast X und an Blue Beetle, wo man einfach die Szenen, die so auf limitierten, engen Räumen stattgefunden haben, die haben mir am besten gefallen. Und das war hier auch der Fall. Der Rest, ich könnte jetzt keine einzige Action-Szene mehr nacherzählen, was da jetzt genau passiert. Keine Ahnung. Ja, also die Action ist wirklich auch austauschbar und da fehlte sein Druck und Druck, Kinetik, Einprägsamkeit. Ich musste auch an Blue Beetle denken, den ich ja gar nicht mal so übel fand. Der ist kein perfekter Film, aber gerade was diese Familiendynamik angeht, war der echt ganz, ganz, ganz gut. Aber eine Sache, die noch loswerden möchte zum Thema Uncanny Verdi, ich habe eine sehr schöne Bezeichnung dafür gefunden. Uncanny Verdi ist sowas wie Cringe für die Augen. Ja, das fand ich ganz nett. Aber jetzt habe ich die Schlocker ja ganz außen vor gelassen. Liebe Schlocker, komm mit uns in unsere Runde und sage uns, wie fandest du die Effekte? Als Expertin auch für sowas wie künstlerische Gestaltung, da habe ich ja und du eher begrenzte Ahnung von. Wir kennen sie auch als Industrial Light und Schlocker. Ja, Industrial Light, genau. Meine Firma, jetzt kommt es raus. Ja, da kann ich kurz Uncanny Valley vielleicht erklären, das ist ja eigentlich der Hintergrund. Das bedeutet, dass das menschliche Auge vor allem für menschliche Gesichter so ein feines Auge hat, dass die Computergrafiken, je näher sie sich dem annähern, das einfach nicht schaffen. Also das bedeutet, dass menschliche Gesichter immer ein bisschen falsch aussehen. Also das bezieht sich eigentlich meistens auf eben menschliche Gesichter, weil wir da so ein gutes Auge für haben, dass da dieser Uncanny Valley, dieser Effekt, dass der einfach, es wird ganz schwer sein, eben Menschen digital darzustellen, ohne dass wir da gleich total nitpicky werden. Genau, also eigentlich bezieht es nur darauf. Aber jetzt zurück zu der eigentlichen Frage. Ich fand die Effekte auch okay. Ich habe ja auch hier Ant-Man gar nicht gesehen. Das heißt, ich hatte da auch keine schlechten Erwartungen an MCU. Ich habe ja mit Timo The Flash gesehen. Also da waren die Effekte ja wirklich oberkacke. Aber das war ja DC. Und hier bei MCU hatte ich daher auch eigentlich Gutes erwartet. Und das hat mich auch nicht enttäuscht. War alles so ein Liede. Ja, gut. Ich habe so ein Problem gerade. Ich habe ein paar Punkte hier noch stehen. Die meisten davon brauchen aber ein Spoiler-Part. Weil wir auch über etwas reden müssen, was klassisch Marvel im Abspann passiert. Deswegen frage ich euch noch, habt ihr irgendetwas, was ihr besprechen wollt über den Film, was ihr spoilerfrei besprechen wollt und könnt? Dann ist jetzt dafür die Zeit. Ansonsten würde ich jetzt überleiten zu unserem Fazit. Ja, also ich könnte noch zwei Dinge oder Aspekte ansprechen. Also ich finde es immer sehr schade, wenn eine Filmreihe im Laufe ihrer Reihe so. Also Neuregisseure ist immer okay, finde ich. Aber ich hatte beim ersten Teil immer zumindest einen positiven Aspekt war der Score und das Thema von Captain Marvel. Und das fehlt mir hier ein bisschen, weil ich ja auch dann im Absprang gesehen habe, dass es eine neue Komponistin, glaube ich, ist. Und das fand ich so ein bisschen schade. Achso, du meintest, achso, du hast Score gesagt. Ich habe Gore verstanden. Score, Score. Ich dachte, Gore, was habe ich? Die Musik. Die Musik. Okay, gut. Ich meine Musik. Aber hier Musik, ich meine, es kommt ja ein sehr bekanntes Song vor, ein Stück aus einem Musical, was ja vor vier, fünf Jahren schon mal groß aus der Neidland war. Ja, das kann man vielleicht mal anteasern. Also es gibt durchaus eine interessante Musikwahl, wie ich finde. Weil so interessant ist sie nicht. Sie ist eigentlich ziemlich, ja, ziemlich offensichtlich. Sie passt ja gut. Ich höre das Lied ganz gerne, aber es ist natürlich auch ziemlich durchgenudelt. Apropos durchgenudelt, es ist halt wirklich dieser, ich weiß gar nicht, was ist das, ist das Dubstep und R'n'B? Da seid ihr wahrscheinlich fitter als ich, was so die Musikrichtung angeht. Das, was da in den Kampfszenen meistens kommt, das ist echt so gar nicht meins. Und das unterstreicht auch diese Austauschbarkeit, weil in jeder Kampfszene wird da so ein Beatsgedudel runtergenadelt. Und da hatte ich überhaupt, also das fand ich wirklich ganz schlimm. Ach, den Song in dem Haus, bei dem Hauskampf, den fand ich cool. Aber es kam ja wieder, ist es nur... Das war, glaube ich, Intergalactic von den Beastie Boys. Genau, das war ja im Raumschiff. Das war ja im Raumschiff. Hey, das ist ja total lustig. Wir sind in der Galaxie unterwegs und spielen Intergalactic von den Beastie Boys. Ist das nicht clever? Ist das nicht clever? Zwinker, zwinker, ja. Doppel, doppel. Ja, nee, also die Needle Drops, also da hätte ich nicht gedacht, dass ich da Transformers Rise of the Beast einen Punkt geben muss im direkt Vergleich der austauschbaren CGI-Monster-Filme. Da war mit LL Cool Jail doch der deutlich bessere Needle Drop dabei. Nee, das wollte ich noch sagen. Ansonsten, wir hatten den Bösewicht ja schon mal angesprochen. Ich habe festgestellt, dass es doch irgendwie, selbst wenn du austauschbar bist und völlig egal, wenn man deinen Namen vergisst, es ist einfach geil, wenn du böse Dinge mit einem britischen Akzent sagen kannst. Siehst du mal, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, auch nicht. What a pity. You need to listen carefully. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin noch Backham-Doku geschädigt, weil ich habe das vier Stunden am Stück gehört. Das kann natürlich sein. Was ich vielleicht noch sagen kann, der Film ist sehr bunt. Er präsentiert so ein paar fremde Welten und hat ein paar, ich finde, ganz nette Ideen, die aber mir dann auch wieder zu klamaukig sind. Es gibt zum Beispiel einen kurzen Abschnitt auf einem Planeten, wo es eine sehr musikalische Art der Kommunikation gibt. Schiff, schiff. Und ansonsten muss ich sagen, eine Sache, die Ant-Man 3 wirklich besser gemacht hat, ich finde, Ant-Man 3 hat diese Extravaganz der fremden Welten besser umarmt, besser zur Schau gestellt. Da gab es irgendwie, da waren diese Aliens, diese fremden Welten, waren exotischer, weißt du? Und bei Captain Marvel ist das schon so ein bisschen verspielt, aber alles eher so ein bisschen sanft, so, dass man auch nicht überfordert wird. Das fand ich ein bisschen schade, trotz allem. Ich habe ein Fäbel dafür, wenn Filme mir so fremde Welten präsentieren und diese fremden Welten nicht aussehen wie die Vorstellung von irgendeinem Teenager, der alles gerne dunkel, dark and gritty hat. Das finde ich immer ganz, ganz nett, aber auch da muss ich sagen, wäre da mehr möglich gewesen. Damit wäre ich jetzt spoilerfrei auserzählt. Schlocke, hast du noch irgendwas, was du spoilerfrei behandeln möchtest? Nö, wir können da gleich. Wir sind ja offenbar bei 40 Minuten fast wieder, also lass uns fazitisieren. Ja, ich hätte zu dem Wort. Nein. Es ist Worldbuilding, ich weiß gar nicht, aber ich finde ja manchmal ist einfach weniger mehr. Zeig mir einen Planeten, genieß das oder lass mich das ein bisschen genießen, lass mich da eintauchen, so wie du es bei Ant-Man tatsächlich ja in dieser Quantenebene gemacht hast, auch wenn natürlich jetzt CGI-mäßig nicht so geil aussah, aber ich kann da nur The Creator nochmal hervorheben, wie da einfach eine Welt, ein Worldbuilding, finde ich, mit zwar wenig Szenen und mit jetzt nicht Baden da drin funktioniert, aber es hat halt sehr, sehr gut funktioniert. Und hier, finde ich, schmeißt er dich wieder von einem Planeten auf dem Nächsten. Es war bei einem Planeten auch wirklich so, dass ich schon in, ich hatte schon auf dem Planeten vergessen, warum sie da sein müssen und das ist immer kein gutes Zeichen. Ja, aber das ist ja das Grundproblem, was ich am Anfang auch meinte, es ist einfach immer zu viel. Es ist zu viel, die müssen nicht noch mehr drauf bauen. Geht doch mal wieder ein bisschen vom Gas runter, konzentriert euch auf eine Sache, der Held muss nicht OP sein. Das kann man alles irgendwie auch anders lösen. Genau, es ist einfach zu viel. Bei einem Planeten dachte ich mir auch so, oh, der heißt fast so wie dieser Chloriketschup. Hela, der heißt Hala, ne? Hela. Ich dachte Heinz. Man geht Heinz. Alles auf Heinz, glaube ich. Ja, genau. Okay, es wird Zeit für unsere Fazits und nach dem Fazit machen wir einen Spoiler-Part, also hier schon mal als Warnung. Ich fange nochmal an, weil ich einfach hier der Chef bin und ja, ich finde bei Marvels ja, es drohte, dass dieser Film ein totaler Flop wird. Ich finde, es ist nicht so schlimm geworden. Trotz allem fand ich ihn sehr frustig wegen seiner langweiligen, uninspirierten Handlung, wegen der öden Figuren und er hat, finde ich, hier und da ein paar kleinere Highlights, aber dieser Film schafft es trotzdem nicht diesem Franchise neuen Schwung zu verleihen und was mich am meisten stört und das werden wir jetzt gleich behandeln, da bin ich gespannt, was meine beiden Mit-Podcaster sagen, auch The Marvels ist wieder so ein Film, der im Grunde nur existiert für seine Post-Credit-Szene. Wenn der Film angelaufen ist, wird sich keiner über den Film unterhalten, sondern alle nur über das, was in dieser Abspannszene entsteht und ich frage mich halt, es muss doch einfacher sein und kostengünstiger auch umzusetzen sein, irgendwelche Reddit-Foren zu füllen, weil für mehr ist dieser Film leider nicht da und deswegen, auch wenn er nicht so schlimm ist, wie erwartet, war es für mich eine Enttäuschung. Schlogger, dein Fazit bitte. Also, ich hatte, wie gesagt, kein Vorwissen, hat für mich trotzdem funktioniert, das fand ich schon mal ganz gut. Er hat Logiklöcher ohne Ende, es ist einfach immer viel zu viel, was ich jetzt schon zum dritten Mal anspreche. Er ist aber sehr kurzweilig, also man kann den durchaus sich berieseln lassen damit, aber vielleicht ist das gerade aus dem Grund, was Timo angesprochen hat, dass man dabei auch keine Zeit zum Denken bekommt und dann auch nicht so viel hinterfragen sollte, was da an Logik zählt. Ich fand die Figuren okay, war interessant, aber das ist auf keinen Fall ein Film, den man gucken muss. Kann man machen, muss man nicht. Ja. Okay. Ja, es ist der Generation TikTok-Film at its best, also gebt dem Leuten keine Zeit zum Nachdenken, damit sie nicht zum Nachdenken kommen, weil dann berichtet es in sich zusammen, gebt dem Leuten möglichst viele unterschiedliche Dinge, wir kommen auf einen Teil noch im Spoiler-Part zu sprechen, gebt ihnen Musik, gebt ihnen ein bisschen was zum Weinen, zum vermeintlichen Weinen, gebt ihnen was zu lachen, ab und zu, gebt ihnen ein bisschen Knallbummen, Pech und ja, bei mir, man mag das mir nachsehen, dass ich jetzt vielleicht auch nicht mehr der Fanboy von irgendwelchen Sachen sein kann in meinem Alter, ich bin ja ein seniler alter Sack, ich, für mich hat dieses, dieses, diese Kurzweil hat für mich oder war für mich immer im Einklang mit Austauschbarkeit und ich kann mich jetzt schon an fast nichts mehr erinnern, ich muss wirklich grübeln, wie nochmal der Plot war, also wie genau jetzt wer, auf welchem Motiv oder welches Motiv er mit sich trug und was er oder sie da machen wollte, und am Ende ist es halt auch scheißegal, muss man ehrlicherweise sagen, die Stakes, das haben wir schon gesagt, Stakes sind halt keine da, ich finde, dass man an der einen oder anderen Stelle schon merkt, dass der Film unter Corona-Bedingungen entstanden ist, weil so irgendwie die großen Massenszenen doch fehlen in Situationen, wo sie vielleicht nötig wären, ja und im Spoiler-Teil kommen wir noch auf eine Sache zu sprechen, mindestens, die mir nochmal Kopfzerbrechen bereit hat, weil ich die auch nicht ganz kapiert habe, was das im Film zu suchen hat. Ansonsten für mich, ey, wenn ihr so lange aushalten könnt, ich vermute mal, der ist im Januar, Februar auf Disney+, dann könnt ihr euch vielleicht den Kinogang sogar sparen, weil ich finde, von der Bildgewalt her, vom Haptischen her, vom Look and Feel her, ist das jetzt für mich kein Muss, in dem Kino zu sehen, auch wenn er deutlich besser aussieht als Quantumania. Ja, gut, vielen Dank. Dann sind wir mit unserem Spoiler-freien Teil durch, und jetzt die letzte finale Warnung an euch, wir spoilern jetzt The Marvels, und zwar ab jetzt. Timo, sag mal, was findest du schöner? Memories von Katzen gesungen oder Memories, nicht von Katzen gesungen, aber du siehst, wie Katzen Leute fressen? B, ich nehme B und möchte einloggen. Ich fand das schon, ich hatte das vorhin gesagt, Generation TikTok, das ist ja schon das Marvel-MCU-Katzen-Video, also wir wissen ja nun irgendwie, Katzen-Videos gehen immer und hier haben wir es dann im Film. Ich habe mich sehr lange gefragt, weil das ja auch tatsächlich ein Plot-Device ist, bei dem ich dachte, hä, was macht das da? jetzt können wir es ja sagen. Übrigens, Gott, die weiß, kommt auch relativ aus dem Nichts. Ja, da sind halt irgendwelche, da sind übrigens Eier. Ja, genau, das sind so gehirnmäßig aussehende Eier und dann denkst du die ganze Zeit, was hat das in diesem Film verloren, weil das irgendwie so, das ist auch dann so in James-Gunnen-Gefilden unterwegs, so was so dieses Glibber-Zeugs und so, und geht und du denkst die ganze Zeit, hä, warum kümmert sich dann nur, also warum kümmern sich dann nur zwei Leute drum und dann wird das halt aufgeklärt, dass natürlich, jetzt können wir es ja sagen, in diesen Eiern kleine Flirken drin sind, also als Katzen getarnte kleine Monster und diese Monster tatsächlich auch von Nick Fury in einem ausgeklügten Plan folgen, wie dieses Weltraum-Dingsbums da evakuiert werden kann und das ist dann schon, wie das gemacht ist, also die Idee ist halt wirklich, äh, Hut ab, wie bescheuert man sein kann, um diese Idee zu haben, aber wie es dann ausgeführt wird, ich sag mal so, man kann das halt kacke finden, äh, schreibst du aber den richtigen Namen als Produzenten oder als Regisseurin, sagen alle, oh, das ist ja lustig, weil das ist ja so typisch wie er oder also ich hab dir ja den Namen James Gunn schon gesagt, also wenn das James Gunn in seinem Film macht, finden das alle geil, äh, hier könnte man sicherlich dafür, äh, oder könnte man sagen, dass das ein, eines von mehreren Elementen ist, die vielleicht dafür sorgen, dass sich hier vor allen Dingen MCU-Fans so ein bisschen, ja, und das ist eines der vielen Elemente, die dafür sorgen werden, glaube ich. Also kurz jetzt an die gerichtet, die das nicht sehen wollen und einfach nur hier noch dabei sind, weil sie sagen, wir sind Schlocker-Fans und wir hören alles von was, wo Schlocker-Fans ist. Es gibt im Laufe des Films halt, äh, den Moment, wo diese Raumstation, wo Nick Fury drin ist, halt angegriffen wird und sie haben nicht genügend Rettungskapseln, aber sie haben halt diese kleinen Flirken, diese Katzenbabys und, äh, die fressen dann einfach die Mitarbeiter, weil kleine Katzenbabys brauchen nicht so viel Platz in so Rettungskapseln und keine Angst, die werden zwar gefressen, werden aber danach wieder ausgespuckt und das Ganze wird unterlegt von der Ballade Memories aus Cats und ich muss auch sagen, ich fand die Idee irgendwie ganz nett, aber es hat bei mir nicht funktioniert. Ich, ich fand es nicht nervig, aber ich saß da, ich erwähne es wieder, es war so dieser, dieser Zug-Moment, weißt du, der Zug fährt vorbei und ich wieg einfach nur und steig nicht ein, weil irgendwie er hält bei mir nicht am Bahnhof. Und was ich dazu auch sagen muss, es ist ein schönes Beispiel für diese, ja, Sequel-Mentalität, denn im ersten Teil gab es ja schon Goose und da war Goose, ja, so ein kleiner Part und ich finde, in dem Teil haben sie schon sehr deutlich gemerkt, hey, dieser Goose kam total gut an im ersten Teil, der muss jetzt wieder öfters drin vorkommen und ja, hätte ich tatsächlich nicht gebraucht. Also ich, ich bin nicht böse, dass es das gibt, aber die Szene hat mir jetzt nichts gegeben. Schlogger, wie war es bei dir? Schlogger, ich möchte das auch fragen, ich möchte die Frage nochmal formulieren, wie, wie stehst du zu den Muschis? Wie stehe ich zu den Muschis? Ja, Moment, also es ist, ja, ich habe ja vorhin schon über diese zwei albernen Szenen angesprochen, das ist eine davon und ich habe ja auch den Namen James Gunn schon fallen lassen, das muss man jetzt gar nicht mit ihm unbedingt in Verbindung bringen, aber ich finde, bei James Gunn funktioniert es, weil der es eher schafft, die Tonalität über seinen ganzen Film rüber zu schleppen. Also ich habe jetzt Galaxy, Guardians of the Galaxy 3 nicht gesehen, aber habe gehört, dass der wird ja wahrscheinlich seinen typischen Humor haben und hat trotzdem viele zum, der ist sehr, sehr gut. Ja, viele zum Weinen gebracht trotzdem. Also er schafft es irgendwie, das zu transportieren, beides auf einmal. Dieser Film, The Marvels, schafft das nicht und diese Szene mit den Katzen, also ich habe wirklich sehr gelacht, einfach weil es so übertrieben albern war, aber das passt überhaupt nicht zum Rest des Films. Es ist eher so, ich musste ein bisschen an RRR denken, also den habt ihr bestimmt gesehen wahrscheinlich. Also diese klamaukige Actionfilm, da funktioniert sowas oder eben, wenn du es mit einem guten, feinen Händchen in den Rest des Films einbettest, ich weiß nicht, also die Szene, wenn die ein kleiner YouTube-Clip gewesen wäre, so habe ich es dann irgendwie gesehen, ich fand die Idee so übertrieben albern und dämlich, da konnte ich es dann genießen und deswegen an sich fand ich die Szene okay, im Film fand ich die Szene irgendwie nicht okay, wenn es irgendwie Sinn ergibt. Wobei die Szene für mich auch Sinn ergibt, die dann irgendwie, wenn der Film dann eine Zeit lang draußen ist, kann man die Szene auf YouTube veröffentlichen, dann gucken sich die Leute das an und dann gibt es bestimmt Leute, die das lustig finden und dann sagen, boah, ich möchte gerne diesen Film gucken und dann kann man sagen, ja, ist eine Marvels. Aber diese Szene, die schreit doch förmlich, was auch schon hier dauernd wegen TikTok erwähnt wird, die schreit doch, hier Internet, guck mal, guck mal Internet und schmeißt eine Katze in das Gesicht vom Internet. Hier, Reddit, TikTok, Memes, keine Ahnung, macht alles hier was draus. Ist das nicht lustig? Ja, das schreit diese Szene. Ja, ich finde es lustig, dass du diesen RRR-Moment oder die da Elemente gesehen hast, weil ich hatte das bei der von dir schon angesprochenen Szene von Stu, von diesem, diese Gesellschaft auf dem Planeten, wo dann gesungen wird. Da dachte ich schon so, da merkt man schon dezent diese Einflüsse aus der indischen Kinolandschaft, hatte ich zumindest das Gefühl, weil ich glaube, dass vor zwei, drei Jahren in Blockbustern von Marvel nicht gesungen worden wäre und hier traut man sich, jetzt muss ich, ich muss ja auch mal was Positives sagen, ich muss auch mal was Positives aus dem Arsch ziehen hier. Die Schriftart im Film war sehr schön. Super und auch, nein, also genau das, was ich sagte, das ist irgendwie ja eine Art von, ich formuliere es jetzt absichtlich positiv, obwohl ich es gar nicht so positiv bewerten würde, es ist ja schon mutig, sowas zu machen. Ich würde halt das wiederum so ein bisschen wannabe-basig auslegen, also das MCU und Marvel hier versucht so ein bisschen auf dieser Welle mitzuschwimmen, dass man also momentan, vor allen Dingen in indischen Blockbustern ja immer ein bisschen singt. ja, man merkt halt auch, dass man versucht sich an dieser Albernheit so ein bisschen abzuarbeiten und das ist dann, das wird man auch glaube ich bei diesem Film ganz besonders merken, wie schlecht das Altert. Das war die zweite alberne Serie. Ich bin kein großer Fan von diesem indischen, also von der indischen Musikalität, sage ich mal. Also ich habe Ara auch gesehen, der ist toll an und für sich, aber sobald die anfing zu singen, bin ich halt raus. Also es ist nicht nur ein indischen Film, so ist es bei jedem Film so. Ich bin dafür kein Typ und ich hatte das Gefühl halt bei Captain Marvel, bei Marvels meine ich, wenn sie dann auf diesem Musicalplaneten sind, wirkt es aber auch alles immer so leicht so ironisiert und so leicht Augenzwinkern und das muss man ja den Innern lassen, die machen das einfach und die meinen das ernst. Die sind dann mit Feuer und Flamme dabei und das hattest du hier leider gar nicht. Die haben dann so ein Snyder-eskes Pathos und meinen das halt ernst. Also pathetisch sein und ernst das meinen ist ja eine Kunst. Das kann ja wirklich nicht jeder und du hast da völlig recht. Also man ist da immer eher auf dem Trichter, man macht das so albern, wie es geht, um so ein bisschen auch diesen doppelten Boden einzuziehen. Guck mal, wir machen das ja mit Ironie. Ja, dieses bekannte Augenzwinkern. Ja, genau. Nehmt es ernst, nehmt es ernst, wenn ihr wollt und wenn ihr es nicht ernst nehmen wollt, dann müsst ihr es auch nicht ernst machen. Sucht euch einfach aus, du traust dich nicht in eine Richtung zu gehen. Wobei, das war wie gesagt die zweite alberne Szene im Film, die ich als Film an sich auch genossen habe. Ich mag auch Musicals, aber es hat überhaupt nicht zum Rest des Films gepasst und das ist ja auch der Planet, wir sind ja im Spoiler-Bereich, der dann einfach, ja okay, sterben halt alle. Ja okay, ich war da, die Prinzessin, ach egal, fuck it, werden wir auf dem Film nie wieder ansprechen, was mit diesem Planeten passiert ist. Was ich mich mehr gefragt habe, ist bei dieser, ja ich nenne es mal Asylwohnheim für dieses Krall. Ja danke, das ist nämlich der Aspekt. Zum einen habe ich das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie, ja, Templates benutzt haben von Gardens of the Galaxy, weil diese Architektur erinnerte mich dann irgendwie, also als ob ich die schon mal ein paar Mal bei den Guardians gesehen habe und dann wirkt es auch so, irgendwie sind die nur auf diesem Planeten, sind es die einzigen und was soll das? Also ich habe das nicht verstanden, sind die auf dem ganzen Planeten oder nur da in dieser Kolonie und wenn da alles zerstört wird, naja, dann gehen sie halt von der Kolonie woanders hin. Also ich habe das, also natürlich ist es scheiße, wenn da auf dich gefeuert wird und da irgendwie ein Felsbrocken runterrast, aber ich habe das nicht so ganz verstanden. Ich habe mich ja ein bisschen dumm gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich, also ich, vor allen Dingen frage ich mich, ist das, warum ist das in diesem Film drin? Warum sind da auch noch die Skrulls drin, weil sie ja wirklich, das hat zur Sache keinerlei Gutes oder Schlechtes, die sind einfach nur drin, habe ich zumindest das Gefühl, um zu sagen, ja guck mal, die kennt ihr noch aus dem ersten Teil und vor allen Dingen ja mittlerweile auch aus dieser vermalledeiten Kack-Serie Secret Invasion, also Hut ab, wer sie nicht gesehen hat, ihr habt alles richtig gemacht, weil es wirklich ganz, ganz zäher Fernsehsendungs- oder Serienmist ist, den da Marvel produziert hat für angeblich 200 Millionen Dollar, wie auch immer die zustande kommen, wahrscheinlich die ganzen Covid-Maßnahmen, die man da bezahlen musste. Nee, also das ist eines der vielen Elemente in dem Film, wo ich mir die Frage stelle, warum ist das da drin? Könnt ihr das nicht, also tut das Not, dass da jetzt die Skrulls drin sind und es wird ja nichts mit ihnen gemacht und es wird Albert auch mit keinem Meter, also wenn ich denn schon diese Verflechtung machen will von Serien, MCU und Film-MCU, das ist also mittlerweile alles ein Cinematic Universe ist, warum wird denn dann kein Wort über Talos gesagt? Also das ist ja der Anführer der Skrulls, der in dieser Secret Invasion-Serie Spoiler dafür umgebracht wird. Warum ist der da überhaupt nicht drin? Warum ist Emilia Clarke da überhaupt nicht drin? Ich glaube einfach, dass man sich bei Marvel mittlerweile verkalkuliert hat mit den ganzen verschiedenen losen Enden, die man so produziert, mit ihren Filmen, mit ihren Serien und sich am Ende so sagt, also komm, schieb das noch da mit rein. Ey, du hast hier ähnlich wie bei Blue Beetle auch manchmal das Gefühl, als sei die KI hier am Werk des Drehbuchschreibens dabei gewesen. Es sind ja drei Autorinnen dabei, aber gleichzeitig denkst du, Aber eine ganz wichtige Sache. Na, erzähl. Es gibt doch das Zauber-Eil-Heilmittel-Multiversum. Ach ja, richtig. Damit kann man doch alles fixen. Und das Gute ist ja, das Gute möchte ich hier nochmal in wirklich Fett schreiben und unterstreichen, das Gute ist ja, dass am Ende Monika Rambeau oder Moni ja quasi in eine andere Realität abdriftet. Und dort sehen wir sie ja. Aber das kommt dann später. Lass uns noch vorher über was anderes reden. Dieser Film hat im Prinzip nur eine Abspannszene, aber eigentlich hat er Film zwei, denn es gibt am Ende eine Szene, die klassischerweise früher nach dem Abspann gekommen wäre. Die haben wir jetzt aber einfach da rangeklatscht, nämlich Kamala Khan baut jetzt quasi so Young Avengers auf. Das ist ja schon früher immer mal Thema gewesen. Also zum Beispiel bei Thor 4 war es ja auch so, dass da irgendwie Minitor dann zum Einsatz kam. Und jetzt aber wird es recht deutlich, Marvel scheinbar die Young Avengers aufbauen zu wollen. Denn Kamala Khan trifft auf Kate Bishop aus der Hawkeye-Serie und fragt sie, ob sie nicht Bock hätte, gemeinsam, ja, ein Superhelden-Team zu gründen. Schlogger, wie involviert warst du daran? Oder darin? Also ich habe ja auch Hawkeye nicht gesehen und das war, also es hat, dachte ich ja, okay, das muss ja jetzt kommen. Das, dafür ist doch, sind doch diese Szenen am Ende da. Es muss irgendwas Neues eingeführt werden, was Neues aufgemacht werden, wir bringen dem noch noch mehr lose Enden. Ja, so habe ich das gesehen. Ja, es ist halt ein müdiges Achselzucken, weil du denkst so, ja, wie viel, also, ich mag dieses, ich mag dieses Viren der Redundanz von Schlogger gerade eben, das passt perfekt. Das Viren der Redundanz. Ja. Ja, aber du hast ja wirklich das Gefühl, also können wir nicht irgendwie mal was auch beenden, also wollen wir irgendwie immer nur noch mal was Neues aufbauen und immer noch mal einen neuen Content irgendwie ins Spiel bringen und das ist, ich glaube, du machst einmal kurz, wenn du da die Hayley Steinfeld siehst, machst du, ah, und im nächsten Moment sagst du, ach ja, okay, jetzt müssen sie das ja aufbauen und das nervt, also mich wirklich, mich nervt das richtig mittlerweile. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja, aber seien wir ehrlich, die eigentliche Abspannsequenz oder Szene ist schon, ich will nicht sagen ein Brett, aber ich glaube, wenn man wirklich großer Fan des MCU ist oder von Marvel allgemein, wird ja da schon was angeteasert, worauf sehr viele Leute gewartet haben und ja, wie ich schon mal im Fazit sage, ich glaube auch, dass diese Abspannszene die ganzen Filme überschatten wird. Ich glaube kaum, dass jemand über den Film nachher reden wird, sondern nur über diese eine Szene und Timo, ich würde dir jetzt die große Ehre erweisen, uns zu erklären, was uns denn dann diese Abspannszene erwartet. Dazu musste ich erstmal ja so ein bisschen versuchen zu erklären, was am Ende von The Marvels das Problem ist, also die Bündelung von Monica Rambeaus Kräften muss einen Riss im Raum, Zeit, irgendwas kitten, ich weiß wirklich nicht mehr, was es war, es muss irgendwie etwas zusammenflicken, hätte ich fast, würde ich jetzt mal so nonchalant. Da ist was kaputt und sie muss es ganz machen. Genau und sie ist die Einzige, die es kann und sie muss dafür auf die, ich mache es jetzt mal bildlich, da ist halt ein Riss in der Wand, sie muss halt nicht den Riss im Wohnzimmerbereich abdecken, sondern sie muss dafür ins Schlafzimmer, Problem, danach ist das Schlafzimmer dicht und abgeschlossen und sie kommt da nie wieder raus. So, das ist also der Moment, wo wir uns quasi von Monica Rambeau schon mal gedanklich verabschieden, aber wir sind ja im MCU, also meine Lieben, keine Angst. Sie kommt in der Abspannszene in einem sehr klinisch weiß gehaltenen Raum, wird sie wach und der erste Moment ist, dass ihre Mutter, also die von Lashana Lynch gespielte, wie hieß sie ja noch, die hieß nicht Monica Rambeau, sondern die hieß irgendwie Marion Rambeau, glaube ich, die liegt da und erscheint wieder relativ gesund zu sein, weiß aber nicht, wer Monica ist, fragt sich, wer das ist und dann sehen wir ein von hinten bläulich zu erkennendes Wesen, das hier so ein paar Sachen erklärt, das hier in einer völlig anderen, ich glaube, es kommt das Wort Dimension auf und dann dreht sich dieses Wesen um und wir sehen das gute alte Biest des X-Men und das ist, glaube ich, auch Kelsey Grammer sogar gewesen, das heißt, der auch X-Men The Last Stand gespielt hat und auch im besten Teil der Reihe ja, absolut, also ich mochte ihn damals richtig gerne, das muss ich ja zu meiner Schande gestehen und der auch in Days of Future Past, da gibt es ja auch so eine Epilogszene, da ist der auch noch mal als Biest zu sehen. Sie haben sogar für die Szene die Musik von Days of Future Past. Genau, habe ich auch gesehen, John Ottman's Score ist da drin und das ist natürlich jetzt, also surprise, surprise, The Marvels baut nicht nur verschiedene Sachen mit Kree und mit Skrulls auf und wieder ab, sondern es ist jetzt halb offiziell, würde ich sagen, dass die X-Men auf diesem Wege ins MCU eingeführt werden. Herzlichen Glückwunsch, Kevin Feige, Sie haben noch mehr Content für die Zukunft gesichert. Gott sei Dank. Ich ziehe meinen imaginären Hut. Ja. Und freut ihr euch auch, so wie ich, auf die X-Men unter MCU Ägide oder Regie oder wie man das nennen soll. Seid ihr auch so gespannt wie ein Flitzebuch? Ich habe nichts gegen die X-Men. Ich mag die X-Men, die waren ja auch so damals, Anfang der 2000er mit so einen der ersten wirklich ernstzunehmenden Comicfilme der modernen Zeit. X-Men 2 ist immer noch einer meiner liebsten Comicfilme aller Zeiten und Superheldenfilme. Finde ich großartig, den Film. Aber es ist einfach, wie du schon sagst, es ist einfach too much. Und die X-Men ist ja nicht so, dass die X-Men zwei Leute sind. Also X-Men sind ja so viele Figuren, kannst du da rausnehmen, da kannst du ja auch schon wieder 50.000 Filme draus machen oder 60.000 Disney Plus Serien. Und ich mag die X-Men und ich will ehrlich sein, ich hatte mich ein bisschen gefreut und war auch gespannt drauf, dass jetzt die X-Men auch mal wieder kommen, weil ich mag sie. Aber ich sehe da aktuell keine Zukunft für. Also das wird halt nur wieder Content sein. Es werden keine Filme sein, das wird Content sein. Also zumindest nach meinem Gefühl. Und selbst wenn es da genügend interessante Storys gäbe für nach The Marvels, ist das einfach nur wieder so so ein ja, mehr Mund auf, Löffel rein, runterschlucken, nächste Fuhre. Auch hier möchte ich gerne ein Bild der Simpsons nehmen, nämlich in einer Folge, wenn Huma in die Hölle geht und er wird dazu verdammt, auf ewig Donuts zu essen. Und der sitzt vor dieser Donut-Maschine, die ihm wirklich zu dutzend diese Donuts reinschaufelt. Das ist für mich aktuell das MCU. Und ich, pass auf, es kann sein, dass es gut wird. Das ist nicht ausgeschlossen, Gott bewahre. Die X-Men sind wirklich, die haben Potenzial, sehr viel mehr Potenzial, wie ich finde, als zum Beispiel die Avengers. Ja. Aber es tut mir leid, allein mir fehlt der Glaube. So kann ich es, glaube ich, abkürzen. Ja, aber da können wir doch zu dem Bild mit Huma kommen. Den Teufel stört es ja, das Humor, das genießt die ganze Zeit. Also es ist ja dann das Problem, dass die Fans, oder dass es da Leute gibt vielleicht, die das alles finden, was da in sie reingestopft wird. Und ich möchte auch kurz... Du bist ja das perfekte Beispiel. Du stoffst dir ja Gott sei Dank nicht alles rein, sondern ich weiß nicht, ob es jetzt Selektion ist oder einfach auch ein Mangel an Zeit. Aber wie geht es denn dir mit der Aussicht auf MCU-X-Men? Also ich bin auch X-Men der alten Stunde. Ich habe ein paar von der neuen Generation gesehen, aber die drei, die ihr jetzt angesprochen habt, beziehungsweise alles mit Dark Phoenix oder drumherum, habe ich alle nicht gesehen. Ich habe aber die ersten gesehen damals, die fand ich schön. Das war ja auch... Die Schlöcker macht so viel richtig, ne? Das ist schlimm. Ja. Und ich musste aber, was lustig war am Ende, als Moni da dieses Loch flicken soll im Raum-Zeit-Kontinuum, da hatte sie ja so weiße Augen. Und da habe ich schon kurz gedacht, auch witzig, sieht aus wie Storm damals. Also Halle Berry ist das, oder? Die Storm spielt. Und als dann diese After-Credit-Szene verziehen, Szene kam, fand ich ganz witzig, dass es vielleicht absichtlich ist. Fragezeichen. Was mich total gestört hat an der Stelle war, dass wieder so getan wird, eine andere Dimension. Was? Das habe ich ja noch nie gehört. Wie kann das denn sein? Als ob wir nicht 12.000 Multiversenfilme vorher hatten. Und ein spannender Fakt, den mir meine Marvel-Quelle noch erzählt hat. Wusstet ihr, dass Miss Marvel in den Comics auch, dass sie herausstellt, dass sie auch ein Mutant ist? Ja, also das wollte ich noch sagen. Das wird am Ende, also wirklich in der letzten Szene der Miss Marvel-Serie, wird das, wird noch von Mutation gesprochen. Also Miss Marvel hat so ein, also das wissen die Leute, okay. Die hat so ein Highschool-Buddy und der sagt irgendwas so, das liegt, das mit deinen Kräften, das liegt gar nicht nur an dem Armband, sondern auch an einer, also er sagt sowas wie, es liegt an deinen Genen und das kommt natürlich irgendwie so ein bisschen komisch rüber, weil so ein weißer Cis-Mann oder Cis-Junge das einer Pakistani sagt und deswegen dachte ich zuerst, hä, was ist denn das jetzt für ein Satz in so einer sonst sehr, sehr woken Serie? Ja, also sie ist eine Mutantin aber das war halt der Hintergrund. Genau, also sie ist Mutantin und sie kann ja eigentlich aus Licht, kann sie eben diese Schilde bauen, die so wie so Kristalle aussehen oder sie kann halt Konstrukte machen und eigentlich ist ihre Mutation, also ein, was wir ja in diesem Film The Mutants sagen schon, The Marvels auch sehen, ist, dass sie auch so, sich so Kristallfäuste baut und ihre Mutationskraft ist quasi, dass sie ihre Fäuste selbst so groß machen kann. Also sie hat einfach riesen Fäuste als Mutantin. Und so gesehen fand ich es schon cool, dass die X-Men an einem Ende von einem Film drangesetzt wurden, der auch wirklich was mit einer Mutantin in der Comics zu tun hat. Das war, inhaltlich hat mir das gefallen. Ja, guck mal, das ist jemand. Ja, aber ich meine, ich habe die Serie nicht gesehen, aber so wie ihr es gesagt habt, ist es denn wirklich klar, dass sie eine Mutantin ist oder sagt nur jemand, das könnte auch Mutation sein? Also die, ja, steinigt mich, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie ihr Highschool-Freund heißt, das ist auch so ein Freund, der ein bisschen mehr will von ihr. Wie heißt er? Timmy. Nimm mir einfach Timmy. Sagen wir einfach du. Timmy. Und der sagt wirklich sowas wie, ja, das liegt an deinen Genen und die sind mutiert. Und also, ich habe das dann auf Englisch gesehen. Also they are mutated. Und dann dachte ich so, ah, okay, also da muss man ja beim MCU und bei Marvel ganz, ganz hellhörig auf so einzelne Wörter sein und sowas wie Mutationen. Da dachte ich schon, ah, okay, das ist schon mal so ein leichtes Anteasern von X-Men. Und das ist dann vielleicht ja sogar... Also in den Comics ist es ganz klar. Es gibt Comics, die heißen Miss Marvel, The New Mutant. Also da ist es wirklich eine gesetzte Quelle. Okay, also ich bin gespannt, wann sie den X-Men-Film ankündigen werden. Könnte ja noch was dauern. Ich glaube, dass Deadpool 3 da auch noch eine Menge leisten muss und leisten wird in dieser Hinsicht. Hat heute nicht jemand gesagt, dass Deadpool 3 auf 2025 verschoben wird? das ist er auf jeden Fall. Also das wird ja auch noch verschiedene andere Filme treffen. Aber ich glaube, das ist auch der Film, der, weil das ja auch nun der erste Deadpool unter Disney-Elegide ist, der wird auch einiges in Gang setzen, was man von Deadpool gar nicht so erwarten müsste. Der wird also, glaube ich, in Sachen X-Men schon viel, viel machen. Und das wäre vielleicht an dieser Stelle für mich, der jetzt mit den MCU-Comics, äh, mit der MCU-Comic-Welt nicht so viel am Hut hat, wäre das vielleicht der organischere Weg. Weil man merkt das ja, Kevin Feige ist zwar immer seinem Source-Material so ein bisschen treu, aber es gibt auch immer wieder neuen Kinken und Figuren werden irgendwie mit neueren Kräften, anderen Kräften ausgestattet oder es gibt eine Symbiose, dass aus zwei Figuren eine wird. Und so ähnlich hätte ich es mir jetzt auch gedacht und gewünscht, wie die Einführung der X-Men stattfindet. Und ich fand die Einführung jetzt in so einer Postgrad-Szene, das auch da wieder, ich hab da keinen Bock mehr zu. Ich find das einfach echt kackes, also ein richtig lahmes, faule Storytelling, weil du einfach so, du schmeißt den Leuten sowas vorhin und du machst sie quasi, das ist so ein bisschen wie der Groß aus der Marvel-Küche und das ist aber geiler, also das ist vermeintlich geiler als der Hauptgang. Also der Hauptgang ist echt irgendwie so ein, so ein richtig totgekaute, 20 Minuten auf dem Herd gestandene Nudeln mit einer Dosen Tomatensauce und du kriegst aber so aus, als Amuse-Göll oder als Groß aus der Küche kriegst du so selbstgemachtes Soulfood, Carpaccio, was weiß ich was und du denkst, davon hätte ich gern mehr. Ja, nee, kriegst du nicht. Jetzt kommt hier erstmal Nudeln mit Tomatensauce, ne? Und zwar noch ein paar Mal. Wobei, ich möchte mich auch ein bisschen dagegen werden, jetzt alles schwarz zu malen, auch wenn, ja, es sehr einfach scheint, auch aus Erfahrung, aber es scheint ja wirklich so, dass die Marvel-Studios so ein bisschen auch jetzt gemerkt haben, oh, der Trend geht mehr so zum Anti-Marbeltum. Sie bringen ja jetzt am Januar diese Echo-Serie raus und zwar alle fünf Folgen auf einmal und die ist ja tatsächlich mature, also für Erwachsene und soll unter dem neuen Banner Marvel-Spotlight stehen und da sollen wohl Geschichten erzählt werden, die nicht so sehr in Kontinuität stehen, die auch ein bisschen in Anführungszeichen Erwachsener sind. Ich weiß, Brutale heißt nicht Erwachsener, aber sei es drum. Und der Regisseur von diesem Blade-Reboot, das anscheinend irgendwann mal kommen soll, ich glaube es nicht so richtig, aber naja, meinte auch, dass Marvel ihm jetzt die Freigabe wohl erteilt hat für ein R-Rating. Das war vorher auch nicht gegeben. Von daher, es scheint sich etwas zu tun bei Marvel. Es reicht mir noch nicht aus, dass ich wirklich positiv in die Zukunft schaue, aber seien wir ehrlich, es wird weitergehen. Dafür sind die Filme, auch wenn die letzten Teile ordentlich geploppt sind, aber es ist halt Marvel. Die haben halt davor so großen Erfolg gehabt. Ich glaube, dieses Franchise wird uns noch ein paar Jährchen weiter begleiten. in welcher Art und Weise das wird sich dann zeigen. Ich finde es spannender zu sehen, wie sich das Franchise entwickelt, aber ich finde es aktuell total interessant, was da filmisch auf uns zukommt. Ja, das geht mir aber schon eine ganze Weile so, dass ich das, also DC scheitert mit ganz vielem und manchmal künstlerisch, manchmal finanziell, manchmal beides, aber es ist fast immer interessant zu sehen, was sie da eigentlich so kreieren wollten oder wollen. Und das ist bei Marvel, finde ich, leider nicht der Fall. Also du hast da vollkommen recht und du sitzt da irgendwie und ja, also du bist ja schon fast überrascht, wenn so wie bei The Marvels also keine After-Credit-Szenen kommt, sondern nur, ich glaube, es waren diesmal ein paar Geräusche, die man hört. Ja, also es ist, also es ist totales Schema F. Es wird immer das Gleiche gemacht. Es ist total austauschbar, was ihr gesagt habt und wenn ich das jetzt so zusammenfassen soll und auch dieses, was ihr jetzt beide erwähnt habt, dass der Film eigentlich nur dafür da ist, eine After-Credit-Szenen irgendwie zu füttern, das finde ich eine sehr erschreckende und auch augenöffnende Vorstellung, also zu sagen, ja klar, stimmt, toll, ja, danke für die Nudeln mit Soße, aber ich hätte die auch schneller machen können. Ich glaube, wir sind hier am Ende und weil wir uns jetzt wehren wollen gegen das Festgefahren sein, habe ich eine ganz, ganz tolle Idee. Passt auf. Wir sagen jetzt alle nacheinander schön, tschüss und dann wehren wir zusammen das Wehren der Redundanz und beschließen damit den Podcast. Ich sag tschüss, dann sagt der Timo tschüss und dann die Schlogger und dann kommt das Wehren der Redundanz. Tschüss. Tschüss. Ja, okay, der Podcast ist jetzt so lang, aber ich mache ja sonst immer Werbung und jetzt mache ich nur ganz kurz Werbung, weil sonst machen wir hier einen MCU Normalfilmlängen-Podcast hier. Guckt einfach mal auf schlogger.de vorbei, da könnt ihr meine Comics sehen, denn ich bin Comic-Technerin und jetzt freue ich mich auf ein gemeinsames Wehren der Redundanz. Hei, und sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus und bis zum nächsten Mal.